Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute soll es um die Lyrik in Andalusien zur Zeit der muslimischen Herrschaft in Spanien gehen. Sie möchte ich heute einleiten und die nächsten Male werde ich einige der Dichte und Dichterinnen aus dieser Zeit vorstellen. Vor zehn Jahren sagte der damalige Bundespräsident Wulff, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Das hat eine heftige Debatte bei uns ausgelöst, sehr heftige Gegenreaktionen hervorgerufen. Viele waren empört über diesen Satz. Man hat gesagt, Deutschland ist ein christliches Land. Ja, die Juden gehören dazu, aber Muslime gehören historisch gesehen nicht zu Deutschland. Wenn man Kultur ansieht, wenn man Literaturwissenschaftler ist, dann muss man diese Debatte mit dem Satz nochmal befeuern. Ja, der Islam gehört zu Deutschland. Ohne den Islam hätte es keine so wichtige Literatur gegeben, wie es die Troubadour-Lyrik und der Minnesang geworden ist und vieles andere mehr, auf das ich eben im Folgenden zu sprechen kommen will. Durch den Islam wurde Europa einige der größten Kulturgöter übermittelt. Angefangen vom königlichen Spiel Schach, dem ich vor zwei Jahren in der Zeichensetzung am Nikolaustag eine eigene Sitzung gewidmet habe. Dann über die antike griechische Philosophie, die uns wir Araber übermittelt wurde. Weiter bis hin zur Mathematik, zum indisch-arabischen Rechnen, ohne dass keine moderne Naturwissenschaft mehr funktioniert. Bis hin zu weiteren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, zum Beispiel aus den Bereichen der Optik, der Astronomie und, und, und. Diese von den Muslimen uns weitergegebenen Kulturgüter haben unser abstraktes Denken ganz stark gefördert. Aber das wäre eine eigene Vorlesungsreihe, die auch sehr historisch und naturwissenschaftlich geprägt wäre. Aber heute geht es, wie gesagt, nur um Literatur, speziell um Lyrik. Die Lyrik der Araber in Andalusien hat die Troubadour-Lyrik getriggert und den deutschen Minnesang. Sie hat etwas befördert, was wir vorher so nicht kannten, nämlich ein lyrisches Ich, das sich auf einmal formulierte. Und ein Thema, was wir vorher so auch nicht kannten in der Literatur, nämlich die Liebesthematik. Geschrieben wurden damals alle wichtigen Texte in Latein. Durch die muslimischen Araber in Spanien kam etwas neu auf, nämlich das Dichten in der Volkssprache. Auf einmal wurden die Volkssprachen als Literatursprachen gesellschaftsfähig. Und ganz vorneweg das Provenzalische, also eine romanische Sprache und mit einer kurzen Zeitverschiebung dann das Mittelhochdeutsche mit dem deutschen Minnesang. Aber nicht nur das hat diese arabisch-andalusische Lyrik befördert, sondern sie hat auch einen Wandel im Denkstil mit weiter befördert, nämlich einen neuen Typus Krieger. Und dieser neue Typus, das war der Höfische Ritter, dessen Kulturzentrum am mittelalterlichen Hof gelegen ist. Eine ganz starke Verhaltensänderung, die mit befördert wurde durch diese dichtenden Araber. Und das wollen wir uns eben, wie gesagt, heute noch mal ein bisschen im Detail anschauen. Und das nächste Mal schauen wir uns dann diese arabischen Lyriker und Lyrikerinnen genauer an. Es entstand also durch den Kulturaustausch mit den Arabern eben ein neuer Typus Ritter, der jetzt nicht nur kämpfte und ein Macho war, sondern der auch dichtete, und zwar Liebeslyrik. Wir erinnern uns, die Sprösslinge der aus Damaskus vertriebenen Umayaden kamen nach Spanien und errichteten dort drei Jahrhunderte lang ihre Herrschaft. Und sie brachten etwas mit, was zu ihnen gehörte im Orient, nämlich, dass ein Krieger schreiben konnte, dass er dichtete und dass er die Liebe bedichtete. Das erotisch-sinnliche Moment, das war den arabischen Kriegern ein vertrautes Moment als Dichter. Das war aber in Europa vollkommen neu. Seit der Spätantike, seit der Völkerwanderungszeit, als die Eroberer aus dem Osten und dem Norden das Römische Reich um das Mittelmeer herum in Stücke zerlegten, kamen Krieger zu uns, die keine Dichter waren und schon gar keine Schreiberlinge. Schreiben, das konnten die Kleriker, die Mönche in den Skriptorien, die Nonnen. Und sie schrieben auf Latein in einer der heiligen Sprache der Zeit. Krieger kämpften. Krieger dichteten nicht und schreiben taten sie schon gar nicht. Wenn sie sich mit Literatur auseinandersetzten, dann mit Heldenledern. Und sie hatten dafür eine eigene Berufssparte. Bei den Kelten nannte man sie Barden, bei den Skandinaviern Skalden. Und nun lernten diese Macho-Krieger von den Arabern, dass man ein großer Kämpfer sein konnte, dass man auf ganzer Linie siegen konnte und dass man dazuhin noch schreiben konnte und dichten konnte und noch dazuhin Liebeslieder dichten konnte. Und das war etwas vollkommen Neues. Und so ist der erste Troubadour, den wir in Europa kennen, ein Herzog gewesen. Der Herzog Wilhelm von Aquitanien, der Neunte. Gestorben ist er 1126. Und er lernte wohl auf seinen Kreuzzügen gegen die Muslime im Heiligen Land. Er ist bis in die heutige Türkei, Herakleia gekommen. Und dann auch auf einem Kreuzzug in Spanien, wo er die Almoraviden besiegt hat, lernte er, dass diese Krieger dichteten, Liebeslyrik dichteten. Das war, muss sehr, sehr verblüffend für ihn gewesen sein. Und es gibt ein Gedicht, was das auch auszudrücken scheint, was wir uns dann auch noch genauer in einer späteren Sitzung anschauen werden. Dieser Wilhelm von Aquitanien schrieb in einer romanischen Sprache auf Provenzalisch. Das war auch etwas vollkommen Neues. Das machte Schule und seine Enkelin, die große Eleonore von Aquitanien, die in zweiter Ehe den englischen König geheiratet hat, hatte einen ihnen bekannten Sohn Richard Löwenherz, der selbst ein Troubadour. gewesen ist oder zumindest einige Lieder geschrieben hat, in Provenzalisch. Die Eleonore hatte aus ihrer ersten Ehe mit dem französischen König eine Tochter, Marie de Champagne, die eine große Literaturmäzenin gewesen ist und an ihrem Hof viele Troubadoure und nordfranzösische Trouverts versammelt hat. Und nicht nur das. Die arabischen Muslime brachten nach Spanien etwas, was wir von ihnen dann sehr schnell gelernt hatten, nämlich einen Stoff, das Papier. Um zu schreiben, ist Papier eine der besten Unterlagen, die wir kennen. Bis heute, bis ins 20. Jahrhundert hinein, ist Papier eine unverzichtbare Unterlage, wenn es um Schreiben geht. Die Araber benutzten Papier seit vielen Jahrhunderten, bevor wir es kennenlernten. Sie hatten schon immer auf Tierhäute geschrieben. Heute, die sie eben zum Beispiel von Tieren auf der Jagd erbeuteten. Man schrieb in dem Orient natürlich auch auf Schilf. Die Papyri, das ist ja ein Stoff, der aus einer Schilfpflanze entsteht und diese Pflanze gibt es um das Mittelmeer herum sehr häufig. Dann aber lernten sie von den Chinesen, im Austausch von den Chinesen, die sie im Osten ihres großen muslimischen Reiches dann ja auch bedrängt hatten. Dann lernten sie im 8. Jahrhundert das Papier kennen. Das erste Papier taucht bei ihnen 751 in Samarkand auf. 759 soll es in Bagdad eine erste Papiermühle gegeben haben. 870 erschien in Bagdad ein erster Kodex, der vollständig auf Papier geschrieben wurde. Auch aus Sizilien begann sich das Papier zu verbreiten. Von dort existiert aus dem Jahr 1109 das älteste geschriebene Dokument auf Papier, was wir in Europa haben. Und mit den Umayyaden kam das Papier dann nach Spanien. Und in Xativa, das ist in der Nähe von Valencia, wurde die erste Papiermühle 1056 errichtet. Als dann die christlichen Ritter, vor allem die Franken, aber auch eben die in Spanien lebende spanische Bevölkerung, die Muslime zu vertreiben begannen, lernten sie in der Reconquista das Papier kennen und begannen es sehr schnell als ein billiges und leicht herstellbares Material zu schätzen. Und man hatte ja nun in Europa sehr viele Bäume, sehr viele Wälder. Das war ein super Material. Und nun, kaum konnte man dieses Material herstellen, ging es dann auch mit der Wissenschaft los. Vorher hatten wir auf Wachstafeln geschrieben. Von dort wurden dann die Texte in der Regel auf Stein, also manche, ganz wenige, auf Stein übertragen. Aber die wirklich wertvollen und wichtigen Texte, Dokumente, wurden auf Tierhaut geschrieben, auf Pergament. Und man hat in Europa als Haut die Haut von Schafen, Lämmern und Kühen bevorzugt. Sie alle kennen den Satz, das geht auf keine Kuhhaut. Und das meint eben, dass das ein so umfangreicher Text ist, dass er nicht einmal auf eine einzige große Kuhhaut passt. Aber Pergament ist nun eben ein wirklich sehr teures, sehr aufwendiges Material, ein aufwendiges Verfahren, um es herzustellen. Und so wurden eben nur wirklich wertvolle Dinge auf dieses Pergament geschrieben. Die Araber hingegen schrieben alles und so viel sie konnten auf alles, was ihnen nur erreichbar war. Ich habe einen Dozenten gehabt, der seine Doktorarbeit über Saladin geschrieben hat und der in Archiven in der Türkei und in anderen orientalischen Ländern geforscht hat. Und er hat gesagt, ich bin bei meinen Forschungen auf Dokumente gestoßen, die auf alle möglichen Häute geschrieben war, auch auf die Häute von kleinsten Tieren, die bei der Jagd erbeutet worden waren. Einer der ältesten Korane, der sogenannte Uthman-Koran aus der Zeit um 800, der heute in Taschkent liegt, und dort habe ich ihn auch gesehen, ist auf Hirschhaut geschrieben. Ich kenne keine einzige Bibel, die auf Hirschhaut geschrieben wurde oder auf sonst die Haut eines Jagdtieres. Ich zumindest kenne keine. Man bevorzugte, wie gesagt, Lämmerkühe und Schafe, also friedliebende Tiere. Und das kam sicher auch daher, dass man als Kleriker oder Mönch nicht auf die Jagd gehen sollte und andererseits der Adel, der jagen ging, nicht schreiben konnte. Kurz gesagt, die Araber liebten das Schreiben. Sie nahmen alles zur Hand, auf das ich schreiben ließ, und natürlich dann auch ganz stark das Papier. Und als die Europäer dann Spanien eroberten, nahmen sie dieses Papier und seitdem benutzen wir es. 1151 erschien das älteste christliche Buch, das auf Papier geschrieben wurde, die sogenannte Missale von Silos aus der Provinz Burgos. 1244 eroberte Chaime der erste von Aragon Xativa und damit kam er in den Besitz der dortigen Papiermühle und von da an explodierten die Schriftzeugnisse auf Papier, die man eben auch braucht, wenn man jetzt an den neu entstehenden Universitäten studieren will und Bücher schreiben will. Die Schriftlichkeit wuchs immens im Abendland an. Ab Ende des 13. Jahrhunderts gab es auch bei uns Papiermühlen und im 14. Jahrhundert wurde das Papier neben dem Pergament gleichrangig. Kehren wir zur Lyrik zurück. Was auch Europäer verblüffte war, dass nicht nur Männer dichteten, nicht nur Krieger, sondern auch arabische Fürstinnen, auch Frauen dichteten und schrieben über ihre Liebe zu Männern. Und sie werden noch in einer späteren Zeichensetzung ein Liebespaar kennen, Valada und Saidun, die im 11. Jahrhundert sich wechselseitig bedichtet haben. Eine sehr selbstbewusste, sehr sinnliche Lyrik ist dort entstanden und auch das machte selbstverständlich Eindruck in Europa und im Abendland. Noch etwas. Die Volkssprache, wie ich schon gesagt habe, wurde dichtungstauglich. Bis dahin hatte man in Europa auf Latein geschrieben, heilige Texte und dann gab es noch germanische Heldenlieder, die eben in einer germanischen Sprache geschrieben und verfasst wurden. Die Araber schrieben in ihrem klassischen Arabisch, aber in Andalusien fügten sie in ihrer Lyrik auch volkssprachliche Momente ein. Und da müssen wir uns ganz kurz mal der Form dieser Lyrik der Araber zuwenden. Ich habe Ihnen schon bei Imru Al-Kais die Form der Kasside vorgestellt, eine Gedichtform, die ein Zweckgedicht ist und meistens ein Eigenlob des Dichters beinhaltet. Imru Al-Kais, der ein arabischer Beduine aus dem 6. Jahrhundert, also aus der vorislamischen Zeit. Und schon in diesen seinen Liedern wird die sinnliche erotische Liebe gepriesen. In der Nachfolge entstand dann in Persien eine Liebeslyrik, die sogenannten Gasel mit den großen Lyrikern Rumi, Hafiz und Sadi. Auch sie werde ich in einer Zeichensetzung besprechen. Aber in Andalusien entstand nun eine ganz besondere lyrische Form, nämlich die sogenannten Muvasha, die in Andalusien im 11. Jahrhundert erfunden wurden. Muvasha, das bedeutet Gürtel aus Leder mit wertvollen Steinen verziert. Das ist eine Gedichtform, die fünf bis sieben Strophen umfasst und gereimt ist. Und die letzten Verse werden in einer Volkssprache geschrieben, im Mozarabisch, Spanisch-Arabisch, Kastilisch, Aragonesisch, auch in Hebräisch. Und geschrieben wurden sie aber in arabischen Buchstaben, also nicht in lateinischen Buchstaben, wie wir schreiben. Und nun wurde auf einmal klar, dass man auch in der eigenen volkstümlichen Sprache dichten kann. Und das übernahmen nun eben die Troubadoure, indem sie das Provenzalische zu der Literatursprache der Liebeslyrik machten. Und von dort kamen sie dann mit einiger Verspätung im deutschen Kaiserreich an, deutschsprachigen Kaiserreich an und die Männesinger begannen auf mittelhochdeutsch ihre Liebeslyrik zu schreiben. Jetzt kam ein lyrisches Ich auf, das sich an ein geliebtes Du wandte und das Thema war, um es einfach zu sagen, Sex. Freilich mit einem großen Unterschied zu der arabischen Liebeslyrik. Die arabische Liebeslyrik preist die sinnliche Liebe. Sie schätzt sie, sie preist sie in den höchsten Tönen. Als das Abendland angefangen hat, Liebeslyrik zu schreiben, ist das Motto Triebverzicht. Sex ist Sünde und man sollte sie in der Regel im Griff haben, diese Sünde, wenn möglich nicht begehen oder spirituellisieren. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen, wenn wir auf die Troubadoure und den deutschen Minesang einmal eingehen werden. Zunächst aber bleiben wir die beiden nächsten Male in Andalusien und ich erstelle Ihnen einige der schönsten und wichtigsten andalusischen Dichter vor, die man hierzulande eigentlich nicht kennt. Dichter und Dichter Dichter und Dichter Dichter und Dichter